Sie hören Eines Tages oder nie von Helena Baum, gelesen von Silke Buchholz, produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Er war ein bisschen wie du, ständig unter Strom, immer auf der Suche nach einem Kick. Hey, hey, ich liebe nur dieses wunderbare Leben. Ich liebe es. Kapitel 1 Was für ein Chaos! Paula Petersen zog die Schublade ihrer Unterwäschenkommode auf und lächelte still vor sich hin. Was für ein Chaos! Da sie nichts wegschmeißen konnte, was noch nicht vollkommen kaputt war, besaß sie einen riesigen Stapel Slips für zu Hause. Sie nahm einen nach dem anderen in die Hand, um sie zu begutachten. Hier war der Bund ausgeleiert, allerdings nur ein wenig. Bei dem war die Farbe verblichen, dennoch mochte sie das zarte Muster mit den Gänseblümchen. Dieser war eigentlich zu klein, ansonsten wie neu. Paula überlegte, ob sie ihn Jette vermachen sollte, verwarf den Gedanken jedoch wieder. Niemals würde Jette einen Slip ihrer Mutter anziehen, auch wenn er ungetragen war. Also packte Paula ihn zurück zu den anderen. Ganz hinten entdeckte sie die Neuen, falls sie mal ins Krankenhaus musste. Wie sehr sie doch in manchen Dingen ihrer Mutter glich. Auch sie hatte immer ein paar Sachen für gut. Für sonntags, fürs Krankenhaus, für Feierlichkeiten. Da Paula übers Wochenende ihre Mutter in Bayern besuchen würde, stopfte sie drei der besseren Unterhosen in die kleine Reisetasche. Nicht die für gut, aber auch nicht die für zu Hause. Zwei Shirts, die sie unter ihrem dunkelgrünen Oversize-Pullover tragen würde, eine Blue Jeans, fertig. Ihre Mutter Marianne war vor zwei Jahren mit ihrem zweiten Mann nach München gezogen, da Ewald dort eine abbezahlte Eigentumswohnung besaß. Er hat Heimweh, erklärte sie Paula damals ihrer Entscheidung. Und ich gehöre nirgendwo so richtig hin. Warum nicht noch einmal etwas Neues probieren? Sie wirkte entschlossen und es schien ihr leicht zu fallen, Berlin zu verlassen. Paula wusste, dass ihre Mutter not amused wäre, wenn sie einen Blick in die Kommode ihrer Tochter werfen würde. Bei ihrer Mutter herrschte Ordnung. Alles war nach Farben sortiert und akkurat auf Kante zusammengelegt. Von der Unterhose bis zur Bettwäsche. Bei mir kannst du vom Fußboden und aus dem Schrank essen, war einer ihrer beliebten Sätze. Als ob das jemals jemand vorgehabt hätte. Aber wer weiß. Vielleicht würde sie ihrer Mutter mit zunehmendem Alter immer ähnlicher werden und den Satz erweitern. Bei mir kannst du vom Fußboden, aus den Schränken und aus der Toilettenschüssel essen, sogar trinken. Paula lachte vor sich hin. Die Narbe an ihrem rechten Handgelenk juckte. Am liebsten hätte sie sich wild gekratzt, doch sie wusste inzwischen, dass das keine Linderung bringen würde. Leicht strich sie mit dem Zeigefinger darüber und zog entschlossen den Ärmel des Pullovers darüber. Wenn die Narbe juckte, lag Veränderung in der Luft. Wetterveränderung, erinnerte sie sich. Nichts weiter. Mom, ich ziehe los. Jette steckte den Kopf in das Zimmer. Lachst du? fragte sie etwas ungläubig. Ja, erwiderte Paula gut gelaunt und wedelte nun doch mit dem Slip, den sie Jette nicht zeigen wollte, in der Luft herum. Du bist schon ein bisschen komisch, oder? Als hättest du dir im Stillen Witze? Nicht im Stillen, sondern laut. Ich muss sie doch hören. Witzig, Mom, ehrlich mal. Ich lach mich schlapp. Wir hatten noch nie den gleichen Humor, dachte Paula. Guck mal, willst du den haben? Der ist neu und auch wirklich hübsch, oder? Jettes Gesicht veränderte sich, als hätte Paula vorgeschlagen, dass sie beide in den Urlaub fahren und in einem Bett schlafen müssten. Bitte, stieß Paula ein lautloses Gebet in den Himmel. Lieber Gott, lass die Stimmung zwischen uns nicht so rasant kippen wie üblich. Das Aufeinandertreffen mit Jette konnte in Sekundenschnelle von einem entspannten Mutter-Tochter-Gespräch zu einem feindseligen Belauern wechseln. Du bleibst freundlich, ermahnte Paula sich, egal, was sie sagen wird. Ih, nein, ich zieh doch nicht deine Unterwäsche an und der Slip ist alles andere, aber nicht hübsch. Guck dir doch nur die Form an, voll altbacken. Paula stopfte ihn endgültig zurück in die Schublade und stieß sie schwungvoll mit der Hüfte zu. Ist ja gut, ist ja gut. Gelassen lehnte sie am Schrank und schaute ihrer hübschen Tochter in die grünen Augen, deren eigenen glichen wie ein Ei dem anderen. Immer noch leicht brüskiert wechselte Jette das Thema. Eigentlich wollte ich nur schnell sagen, dass ich bis Sonntag bei Pablo schlafe oder bis Montag. Pablos Familie ist verreist. So haben wir endlich mal sturmfrei bei ihm zu Hause. Gustav will auf ein Konzert und bringt dann sein Kumpel mit. Jette bückte sich, um ihre Winterschuhe zuzubinden und redete dabei weiter, ohne Paula anzuschauen. Bye, bye und viel Spaß bei Oma Marianne. Grüß Sie, wir sehen uns ja alle Weihnachten. Noch während sie sprach, verschwand sie aus der Tür. Keine Umarmung, kein Abschiedskuss. Paula versuchte, ihre Enttäuschung zu verbergen. Alles klar, und ich belästige dich nie wieder mit meinen schrecklichen Unterhosen. Viel Spaß euch. Die Tür flog krachend ins Schloss. Weg war sie. Paula lauschte Jettes Schritten nach. Sie schien die Treppen hinunter zu hüpfen. Wie als kleines Mädchen, dachte Paula. Da rannte und hüpfte sie den ganzen Tag. Der zarte Körper war voller Energie. Das absolute Gegenteil zu ihrem Bruder, der es schon als kleiner Junge liebte, es sich irgendwo gemütlich zu machen. Gerne mit einem Snack in der Hand. Ein Wunder, dass er trotzdem schlank geblieben war. Paula packte ihre Tasche zu Ende, schloss ihre Zimmertür hinter sich und prüfte, ob die Tür eingeklinkt war. Wenn sie nicht zu Hause war, war das Zimmer für ihre Kinder tabu. Manchmal hatte sie das Gefühl, dass einer von beiden auf ihrem Sofa herumlungerte, obwohl jeder sein eigenes Zimmer hatte. Die Kekskrümel, die sie in den Ritzen gefunden hatte, ließen den Rückschluss auf Gustav zu. Paula brauchte das Gefühl, dass etwas in der gemeinsamen Wohnung nur ihr allein gehörte. Bevor sie gingen, legte sie für Gustav einen Zettel in die Küche und erinnerte ihn daran, wo sie war. Es konnte durchaus sein, dass er nach Hause kam und sich wunderte, wieso niemand da war, obwohl sie ihm mehrmals von ihrem Besuch bei ihrer Mutter erzählt hatte. Gustav eben. Am Bahnhof angekommen, freute sich Paula auf die bevorstehende Zugfahrt von Berlin nach München und am Sonntag genauso auf die Rückfahrt. Das waren insgesamt mehr als zehn Stunden für die eigenen Gedanken, das neue Buch ihrer Lieblingsautorin, für das Hören von Musik und Podcasts oder einfach nur Zeit, um aus dem Fenster zu schauen. Himmlische Aussichten. In München wurde sie von ihrer strahlenden Mutter am Bahnhof empfangen. Wow, du siehst gut aus, rief Paula. Irgendetwas hier scheint dir richtig gut zu tun. Die junge Ehe mit deinem alten Langzeitgeliebten? Die neue Stadt? Was ist es? Mit ihren 69 Jahren wirkte ihre Mutter fit und dynamisch. Sie hatte schon immer viel Wert auf Mode gelegt, schneiderte ihre Klamotten selbst, aber heute war nicht die Kleidung der Blickfang, sondern ihr entspannt lächelndes Gesicht. Verlegen, fast scheu, senkte ihre Mutter den Blick. Junge Ehe, alter Liebhaber, neue Stadt, vielleicht alles zusammen. Die Entscheidung, hier neu anzufangen und vor allem gemeinsam hier neu anzufangen, war goldrichtig. Auch Ewald entdeckt seine alte Heimat mit mir neu. Komm, lass uns erstmal nach Hause gehen. Sie zog Paula am Ärmel und fragte ihr Löcher in den Bauch. Erzähl, was macht Jette? Stehen ihre Reisepläne noch? Was soll ich ihr zum Geburtstag schenken? Und Gustav, wie geht es dem Jungen? Hat er eine Wohnung gefunden? Und dein Tommy? Paula unterbrach den Fragenkatalog ihrer Mutter. Ich erzähle dir alles, aber sag nicht immer dein Tommy und doch bitte nicht der arme Tommy. Nenn meinen Ex-Mann einfach Thomas. Geht das? Ihre Mutter kaute auf den Lippen. Das geht, überrascht schaute Paula sie an. Wow, keine Diskussion, keine Vorhaltung. Du stimmst mir einfach so zu? Sie nickte in Paulas Richtung. Keine Vorhaltung. Ich möchte ein schönes Wochenende mit meiner Tochter. In ihrem schicken, blitzsauberen Apartment angekommen, wurde Paula auch von Ewald mit offenen Armen begrüßt. Lange hatte sie ihn abgelehnt und als Freigling abgestempelt. Ihre Mutter war 20 Jahre seine Sekretärin, rechte Hand und Dauergeliebte gewesen. Parallel hielt er die ganze Zeit die Ehe mit seiner Frau aufrecht. Das Verhältnis zu ihrer Mutter war damals ähnlich eruptiv wie das zwischen ihr und Jette. Was hatten sie sich für endlose Diskussionen geliefert? Um die Rolle der Frauen in Beziehungen, Autonomie, Abhängigkeit und Selbstwert. Der verarscht dich doch nur. Merkst du das nicht? hatte Paula ihrer Mutter wütend vorgeworfen. Bist du dir nicht mehr wert, als nur die Geliebte des Chefs zu sein? Immer in zweiter Reihe? Immer im Geheimen? Erst vor wenigen Jahren hatte er sich endlich scheiden lassen und ihre Mutter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.